Und dann Moinzen zu den VfB News dieser Woche, 6.8. ist heute, wie immer Freitag, jetzt so stand der Dinge so 12 grob, weil ich es hier quasi ja direkt in meiner Pause, meines geteilten Dienst, meiner geteilten Schicht mache. Ja, wir machen erstmal ein bisschen was zu Barca noch, weil da gab es jetzt nichts, nicht irgendwie Vorbericht, Nachbericht und so weiter zu, halt in Anführungszeichen nur den Stadionvlog, aber ich hoffe, der hat euch auch gefallen. Deswegen machen wir ein bisschen was zu Barca-Spiel. Natürlich ein paar Gerüchte haben wir am Start und eben auch die ganzen Ausfälle, die wir jetzt haben und auch nochmal am Ende ein bisschen Ticketpreise für unser Spiel nächste Woche gegen Fürth, der bunziger Auftakt. Also erstmal war klar, oder war klar, dass die Diskussion aufgekommen ist, am Samstag findet das Spiel überhaupt statt, findet es überhaupt statt, weil zwei Spiele positiv getestet wurden, sind auf das Coronavirus, getestet worden sind, aber dann, nachdem es Artikel gab von der Bild von Sky, die Gerüchte gab, dass es eng ist, wurde das Spiel zugesagt und es sollte wie geplant stattfinden, also wie geplant in Anführungszeichen, weil es wurde auch um eine Stunde Ritten verschoben, von 18 Uhr auf 19 Uhr, weil, glaube ich, Barcelona mit ihrem Mantelbus im Stau stand. Auch lustige Geschichte. Und natürlich die große Geschichte des Spiels. Acht Profis nur im Kader, in der Mannschaft, in Startelf und so weiter und so fort. Der VfB hat hier nämlich auch nochmal gesagt, alle nicht aufgeführten Spieler sind verletzt, angeschlagen, positiv getestet oder nicht vollständig geimpft. Hier ist unsere Startelf. Es war Bredlo, Kempf, Stenzel als Kapitän, Karasor, Förster, Klement, Massimo, Klimowitsch. Und dann war es mit den Profis. Dann kommen nämlich, oder was heißt Profis, in Anführungszeichen, die richtigen Mannschaften, so doof gesagt, dann kam nämlich U21, Polster, Weil, Notnagel, Schock, Michael, Maglicka, Wolf und Bazzoli. Also die gesamte Bank voll mit U21. Sehr, sehr krasses Ding. Vor allem, weil eben dann auch Barca mit einem, ja, sagen wir mal, 1B-Kader an den Start kam. Also es war klar, dass das Spiel nicht unbedingt einfach wird. Ähm, trotzdem, am Ende, 3-0 verloren, völlig in Ordnung. Also man hat sich wirklich gut geschlagen, vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut geschlagen. Am Ende, keine Ahnung, entweder 0-2 oder 1-3, also drei Tore Unterschied waren es jetzt nicht. Ähm, deswegen, entweder man hätte ja irgendwie selber noch ein Tor gemacht, die Chancen waren da, die Möglichkeiten waren da, hätte man sich auch verdient gehabt oder halt eins weniger. So 0-2, 1-3 jetzt auch getan, aber eines Tages ein Test, wie du verloren hast. Und vielleicht auch gut, weil wir kennen die schlechten Omen, ne. Man sieht die weggeballert mit 4-2, Atletico und 1-1 mitgenommen. Vielleicht ist es gut, dass du eben gerade dann doch so ein Spiel verloren hast. Ähm, Bredlo sagt dann zum Spiel, wir haben heute ein gutes Spiel gezeigt. Es war extrem schwer, weil wir gegen eine der besten Mannschaften Europas gespielt haben, die viel Ballbesitz hatte. Wir haben es bis auf wenige Situationen gut verteidigt und konnten uns auch Chancen erarbeiten, die wir leider nicht in ein Tor ummünzen konnten. Das hätten wir verdient gehabt. Ansonsten war es eine Willensleistung. Wir haben bis zuletzt dagegen gehalten und auch noch der gute Matarazzo. Die Jungs haben von Anfang an, von Anfang bis Ende alles reingehauen. In der ersten Hälfte haben wir eher tiefer verteidigt und weniger Zugriff gehabt. In der zweiten Hälfte habe ich dafür ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, in dem auch wir unsere Chancen hatten, ein Tor zu erzielen. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt. Mir war heute wichtig, eine Energie auf dem Platz zu spüren und als Gruppe aufzutreten. Bei allem hat man auf dem Platz gesehen. Die Mentalität, die wir gezeigt haben und wie wir uns als Mannschaft von Anfang bis Ende gewährt haben, war sehr positiv und genau das muss ich auch sagen. Wie gesagt, die Mannschaft hat so in ihrem Leben noch nie zusammengespielt, wird es wahrscheinlich auch so in der Art nie wieder tun. Und trotzdem, wir haben sich da aufgeopfert auf dem Platz, jetzt mal um es übertrieben zu sagen, haben wirklich Vollgas sich reingehauen und auch die ganzen U21-Jungs sehr gut. Vor allem Polster wurde immer wieder rausgezogen und gelobt. Also wirklich alle haben sich reingehaut, aber auch die VfB-Profis, auch Massimo und so weiter sind mir da im Kopf geblieben oder auch einen Karasso tatsächlich und sowas. Aber man hat sich wirklich reingeschmissen, die Jungs. Er hat Bock gemacht, hinzuzugucken. Man hat gemerkt, dass da nicht die Einstellung war von wegen, ah, geil, acht Profis gegen Barca. Na gut, schenken wir es ab. Nee, haben sie nicht. Und auch Bredler, auch sehr schön, hat er gesagt. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der beim Reinlaufen gesagt hat, ich habe Gänsehaut, weil es einfach geil war, dass die Fans wieder dabei sind. Deshalb spielt man Fußball. Kann ich, glaube ich, so stehen lassen. Ich glaube, ihm können wir alle so zustimmen. Gehen wir zu Sven Mislintat, der eben darüber gesprochen hat, über die ganzen Corona-Geschichten und die ganzen Ausfälle, zu denen wir ja auch später kommen. Diese Phasen wird es geben. Daher gibt es für uns überhaupt keinen Sinn, hektisch zu werden. Also in Sachen Transfermarkt. Natürlich ist das eine besondere Herausforderung für uns alle. Erstmal die Verletzungsmisere, in Anführungsstrichen, dann die Corona-Probleme. Aber da werden wir mit umgehen. Unsere Jungs werden alle sukzessive, sukzessive und Woche für Woche wieder ins Training einsteigen. Bis Mitte September haben wir wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Spieler wieder. Und auch VfB, Jung und Wild, Instagram-Account natürlich auch gepostet. Weil es ist natürlich schon krank. Weil die hatten eigentlich ein Testspiel gehabt am selben Tag um 12 Uhr gegen Waldorf Astoria. Und dann, ja, haben die jetzt einfach abgesagt, weil sie wussten, jo, die müssen aufstocken da oben. Das heißt, es gab wahrscheinlich wirklich die Situation, wo da gesagt wurde, Jungs, wir machen heute nur eine Trainingseinheit oder whatever, weil hier ihr 5, 6, 7 Jungs, sieben Stück waren zum Ende, ihr Spiel gegen Barca heute Abend. Wie krank muss es gewesen sein? Also nochmal, Dominik Notnagel-Richard, weil Manuel Polster, Luca Bazzoni, Marco Wolf, Matthei, Maglica und Falco Michel haben, ja, vor 25.000 Zuschauern gegen Barca, ja, das Testspiel gemacht und quasi ihr Profi-Debüge gefeiert in dem Sinne. Also, sehr krass, sehr, sehr krass. Wo man natürlich auch am Ende sagen musste, hier noch ein Tweet quasi, muss sagen, dass ich froh bin, keine 60 Euro für den Bums gezahlt zu haben. Da natürlich auch die andere Seite der Medaille so schön es war und so ein akzeptables Spiel am Ende ja auch war, natürlich nicht das, was man sich erhofft hatte. Man hat ja schon gehofft, dass man einen gescheiten Kader gegen Barca sieht. Klar, man kommt auch zum großen Teil nur für Barca, aber natürlich macht auch das die Ticketpreise nochmal ein bisschen fragwürdiger. Aber gut, da kann es dem VfB jetzt auch keine große Schuld unterschieben mit den ganzen Corona-Geschichten und so weiter später. Da waren die Ticketpreise ja quasi noch eher gemacht als die Verletzungen und die ganzen Corona-Geschichten. Wir machen kurz zwei, drei News zu, ja, Transfers und Transfer-Update mäßig. Ganz, ganz krank. Chelsea, Talenz, Soklo, zwei Bundesligisten in lauer Stellung schreiben, fußballtransfers.de, äh, .com, ähm, ein Exklusiv von denen, dass wir scheinbar mit auch Borussia Dortmund Interesse hätten an der Verpflichtung von den 15-Jährigen. krank, 15 Jahre, also es ist einem schon bewusst, dass es schon so früh anfängt, aber 15 Jahre, Wahnsinn. Offensivspieler, pff, bei Chelsea, krank. Also mal gucken, ob aus dem Gericht irgendwas wird, 15 Jahre, das ist sowieso noch Jugend, 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 aber krank, 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 krank. Und auch, das hat man auch schon mal gehört, Enzo Milo wurde auch vom Kicker genannt jetzt als, ähm, ja, großes Transfergericht zu uns, 19 Jahre alt, Monaco, ähm, Mittelfeldspieler, technisch versiert und spielstarker Offensivspieler, ablöse, bei so um die 1,5 Millionen. Und das Krasse da ist auch, dass, äh, tatsächlich auch der Berater von Milo dann sich geäußert hat. Stuttgart ist eine Top-Adresse und leise mit den jungen Spielern hervorragende Arbeit. Die Philosophie passt perfekt zu uns, Enzo, und ich würde sehr gerne diesen Schritt gehen. Krass, dass wir schon so einen Namen haben, wieder, oder wie auch immer, Jugendarbeit ist ja schon bei uns immer so ein Ding gewesen, aber dass wir wieder so einen Namen haben oder eben so einen Namen haben gerade, dass dann, ja, weil Monaco ist ja auch, also da kam Henri, da kommt Mbappé, da kam, ja, diese eine kranke Generation da, wo sie auch Meister wurden, eben mit Mbappé und so weiter, die haben kranke Jungs hervorgebracht. Und dann sagt er trotzdem, wir wollen den Schritt gehen zum VfB, weil die machen auch geile Arbeit. Das ist schon ein sehr, sehr großes Lob, sehr schön sowas zu hören. Kleineres Gerücht gibt es auch zu Rodriguez, äh, quasi, ja, wenn man hier dem Zubasa 1893 Glauben schenkt, ähm, oder das heißt Glauben schenkt, aber halt ihm seine Meinung dazu liest quasi, also das Gerücht kam nicht von ihm, sondern er hat nur seine Meinung dazu abgegeben. Man kennt ihn ja auf Transfermarkt.de, äh, absolute Insider-Legende geführt, alles, was er jemals gesagt hat, stimmt irgendwo, auch den Milo hat er schon vor Wochen genannt, irgendwann, ähm, Rodriguez ist scheinbar der zentrale Mittelfeldspieler der mexikanischen Liga, der wäre bei seinem Skillset bei Klubs der Kragenweite, Sevilla, Villarreal, Atalanta und so weiter, Stammspieler, ähm, ja, deswegen mal gucken, da gibt es keine krassere Quelle zu, der wäre auch recht teuer, glaube ich, 7,5 Millionen Mark wert, wäre natürlich einer, der wirklich auch mal Erfahrung hat und gestanden ist und sowas fürs Mittelfeld, aber würde mich schon irgendwo wundern, wenn das noch genauer wird, also, da, ich glaube schon, dass Milo dann kommt, aber bei ihm, glaube ich, eher weniger. Und, nochmal, Frankreich, natürlich, Missinidad hat geforscht, der VfB verpflichtet Moussa Cissé, Linksverteidiger, wieder Nachwuchsbereich PSG, wie auch schon, äh, Koulibaly, ähm, ja, Stand ohne Vertrag, jetzt ist ausgelaufen das Ding und wir haben ihn kostenlos bekommen oder wahrscheinlich wieder irgendwelche Ausbildungsentschädigungen und so weiter, aber an und für sich ein ablössifreier Transfer. Äh, Moussa hat sehr gute Fähigkeit, um es jetzt nach unserer Einschätzung als Potenzial, den Sprung in den Profibereich zu schaffen, seine ersten Schritte beim VfB wird er als 2003er Jahrgang bei unserer U21 machen, anschließend wollen wir ihn Schritt für Schritt an die Kader, an den Kader der Lizenzspielermannschaft heranführen. Also, ja, so ein bisschen, ja, was heißt Lücke? Wir haben ja schon Mola, auch wenn der halt, na, auch eine Verletzung vor der Invalidität ist, quasi, bevor er nicht mehr kicken kann jemals. Ähm, vielleicht auch perspektivisch gesehen ein Ersatz für Sosa irgendwann, mal gucken, aber an und für sich Positionen, die man besetzen kann bei uns. Weiß auch nicht, wie es jetzt mit der U21 aussieht, da wo er ja erstmal rankommt, wie es da auf der Linksverteidigerposition aussieht. So rum. Ähm, aber, ja, sowieso wieder einer mit komplett keinem Risiko. Ablösefrei, weiß ich, der wird auch nicht die Welt an Gehalt verdienen. Absolut, ja, risikofrei der Transfer von ihm. Mal gucken, was wir von dem so sehen in der Zukunft. Und auch hier wieder zu Barca sagt, dass er rein sportlich eine absolute Vollgranate ist. Hat ein bisschen, äh, Verletzungspech mit Knie und so weiter. Aber wahrscheinlich wirklich auch schon in ganzen U16, U17-Bereichen und so weiter, wie er schreibt, sehr, sehr stark. Deswegen könnte es wirklich ein sehr, sehr starker Transferser wieder auf Perspektive und eben auch ablösefrei. Einfach krank. Ähm, wir machen ein bisschen was, ja, rund ums Team ist schon so ein bisschen wild gemixt. Aber rund um VfB, rund ums Team, sagen wir mal. Nämlich, ähm, ja, der Marktwert vom VfB-Team, von der Mannschaft an und für sich, ist, ja, hat sich am meisten erhöht von allen Bundesliga-Teams letzte Saison. Um 157 Prozent, plus 157 Prozent steht hier, ähm, um 115,6 Millionen hat sich dieser Marktwert von unserem Verein erhöht. Und sehr, sehr krank. Auch wieder einfach nur ein Zeichen von unserer extrem, extrem starken, äh, ja, sportlichen Leitung und von, ja, dem Weg, den wir gehen. Das, der funktioniert bisher. Das ist einfach eine Bestätigung auch da wieder. Ähm, hier nochmal zum Thema Spieler und, ne, eben auch das Thema Impfen, kommen wir nicht drumrum. Ähm, eben, weil es ja auch hieß, sind nicht vollständig geimpft oder wie auch immer dann. Die waren nicht dabei und sowas. Ähm, wir sind, hat klare Meinung, es gibt keine Impfverpflichtung, die Diskussion finde ich widersinnig. Ähm, haben scheinbar eine, circa 50 Prozent Impfquote im Team, äh, in der Mitarbeiterschaft 85 Prozent, auch wir sind dann selber, ist vollständig geimpft. So, schwieriges Thema, großes schwieriges Thema, gerne eure Meinung da in den Kommentaren zu bei, zu, zu da lassen, weil, ah, ich weiß nicht. An und für sich Impfpflicht schwierig, sowas zu machen. Andererseits kannst du es halt nicht bringen, so, keine Ahnung, dann als Spieler irgendwie auszufallen, weil du nicht geimpft bist und dann irgendwelche Vereine, um sportliche Leistungen zu bringen oder die Liga, um, ja, doof gesagt, Altschaltquoten am Ende des Tages zu bringen. Stell dir mal vor, Lewandowski oder sowas, doof gesagt, ist nicht geimpft und weigert sich da, fällt dann dafür in der Saison achtmal aus oder sowas wegen so einem Kack. Das, das hat schon einen Einfluss, so, wenn man jetzt mal so einen großen Star jetzt beispielsweise mal als, ähm, Beispiel nimmt. Deswegen, schwieriges Thema, äh, vielleicht kommt da irgendwann offiziell was von der, von der DFL nach dem Motto, ey, wir sind euer Arbeitgeber, wenn ihr hier kicken wollt, ihr verdient gutes Geld, ihr seid auch mit in unserem Produkt Bundesliga drin, so, ihr müsst schon spielen können. Jetzt kann nicht sein, dass ihr ausfallt wegen sowas. Deswegen, mal gucken. Aber an und für sich ist es, glaube ich, mal okay zu sagen, keine Impfverpflichtung. Ähm, bei VfB ist ja bisher noch sehr, sehr chillig durchgekommen. Ich glaube, es ist so gefühlt, gefühlt oder, glaube ich, sogar faktisch gar keinen Corona-Fall gehabt. Jetzt halt, ja, die Vorsichtsmaßnahmen und hin und her und viele Ausfälle, die wir jetzt auch noch gleich nochmal ansprechen werden. Aber schwieriges Thema. Ähm, schön, dass hier auch, habe ich auch jetzt gerade bei der Bild gesehen, nochmal hier unten im Artikel, äh, auch die Impfaktion in der Stadt Stuttgart vor dem Barcelona-Spiel war ein voller Erfolg. Vor dem Stadion bekamen 250 VfB-Fans, ähm, die Biontech-Impfung. Chilliges Ding. Sehr, sehr chilliges Ding. Ähm, wir machen weiter eben jetzt Personalsituationen aus der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel am Samstag. So, anschnallen. Für das anstehende Pokalspiel stehen nicht zur Verfügung Silas Katompa Mwumpa, Reha nach Kreuzbandriss. Nairu Oa Amada, Wadenverletzung. Sascha Kalajic, Corona-Infektion. Tongi Koulibaly, Corona-Infektion. Nikolas Nathai, Corona-Infektion. Momo Sissé, Abspitterung am Mittelfußknochen. Orel Mangala, Reha auf dem Platz. Chris Führig, Reha nach Schlüsselbeinbruch. Clinton Muller, individuelles Aufbautraining nach Beckenprellung. Wataru Endo-Olympia, der hat es leider nicht geschafft ins Finale, ist im Halbfinale ausgeschieden, ähm, und kehrt es eben zurück. Ömer Beyers spielberechtigt erst ab dem 18. Geburtstag am 29.08.2021, was auch jetzt erst einfach so rauskam. Hab's ja auch gestern im Vorbericht gehabt, auch hier die anderen Leute, die ausgefallen sind, grad noch so quasi mit den zwei Corona, äh, ja, Corona-Jungs doof gesagt, äh, von denen wir die Namen nicht wussten. Da kam ja auch mitten im Vorbericht, äh, mitten im Schneiden quasi erst die News dazu. Aber keine Ahnung, also Beyers einfach aus dem nichts. Den holst du, im Training geht er ab. Auch hier wird dann irgendwo ein Video gesehen vom VfB, wie er einfach mal kurz eine gesamte Abwehrkette quasi hopsenend beim VfB im Training krank. Man erhofft sich da irgendwie, jo, geil, spielst halt hier und da und auf einmal ist er, weißt du, nicht mehr beim Transfer. Man hat's ja beim Transfer dazuschreiben können. Er ist erst spielberechtigt ab dem Tag, weil da wird er 18. Nee. Jetzt kommt es einfach so gefühlt, ein Tag vor dem ersten richtigen Pflichtspiel kommt. Achso, der kann übrigens auch nicht kicken. Der kann erst Ende August kicken. Also auch das erste Bundesliga-Spiel nicht. Und das zweite nicht. Und das dritte glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, genau wann wir da spielen. Am dritten habe ich, ah, 28. Nee. Spiel am 28. Ich glaube schon. Am 29. Aber selbst das, weil der vorliegsspieler würde er auch nicht spielen. Also der fällt die ersten drei Bundesliga-Spiele auch schon aus, weil sich der Hoffnung gemacht hat, weil er einfach noch nicht spielberechtigt ist. Ist schon krass. Sowieso wird herangeführt über die Jugend, wissen wir ja. Aber das kommt so aus dem absoluten Nichts. Irgendwie schon krass. Und dann Lilian Eklow, Reha nach Mittelfuß-OP. Heiß, wir zählen durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf Spieler fallen aus oder sind irgendwie nicht verfügbar fürs Pokalspiel morgen. Mal gucken, wie viele von den zwölf dann auch für viert nicht mehr nicht möglich sind. Bin ich mal sehr gespannt, damit sich das alles noch so entwickelt. Wird ein langer Weg, bis wir wieder einen komplett vollen Kader haben. Aber gerade dafür ist es gut, dass wir einen sehr großen Kader haben. Und deswegen täpfe ich mal, dass jetzt auch in näherer Zukunft erstmal nichts mehr groß passiert auf der Abgangsseite. Mal gucken. Gerüchte sowieso. Ihr merkt es ja nicht mehr so richtig im großen Stile, weil Kalajic-Gerüchte auch nichts Neues. Die Verpflichtungen sind Talente, das ist Jugendbereich im großen Teil und Zukunft und nicht direkt Stammspieler so. Deswegen, da wird sich glaube ich nicht mehr krass viel verändern. Und was ich auch hier nur in der Story drin habe, die kann man jetzt auch nur noch sechs, sieben Stunden angucken, weil es ja in 24 Stunden abgelaufen ist. Am Donnerstag, 19. August, soll das dritte Spieltrikot vorgestellt werden. War mir auch nicht bewusst. Hat die VfB aktuell in seinem News-Quick-Check in seiner Story auf Instagram gepostet. Sehr interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Weil darauf setze ich meine Hoffnung. Das Grüne war schon recht geil. Wenn das wirklich ein drittes, ein geiles drittes Trikot wird, dann vielleicht holen wir sich da mal wieder ein Trikot. Mal gucken, wenn wir schauen, was da so kommt. Vielleicht wird es da Gold oder so. Mal gucken, was da so für Leaks kommen, wenn überhaupt. Und was wir eben dann am 19. Finale sehen. Und eben jetzt gehen wir nochmal kurz zu den Ticketpreisen für 4. nächste Woche. Der Vorverkauf ja gestartet für die Mitglieder ab, oder war schon gestartet, ne? Ab Mittwoch, 4. August. Ab 9 Uhr war es, glaube ich. Da habe ich mich auch rangehockt. Und dann war es ganz wild irgendwie zwischen Schichten und zwischen Arbeit und Pause. Und hier und da irgendwie versucht, an Karten zu kommen. Am Ende auch geschafft. Wieder auf ähnlichen Plätzen. Ein bisschen weiter rechts quasi. Also wir haben diesmal keinen zentralen Blick. Auch für den Stadionvlog dann später keinen zentralen Blick drauf. Muss auch mal gucken, wie es genau dann läuft. Weil ich habe da, ja, Schicht noch. Frühschicht am Wochenende. Ich schaffe das Wochenende. Auch den Sonntag. Äh, deswegen mal gucken. Wird eine recht enge Aktion, da irgendwie rechtzeitig rauszukommen. Vielleicht komme ich sogar ein paar Minuten nach Anpfiff erst. Mal gucken. Ähm, und da habe ich eben auch wieder zwei Tickets bekommen. Muss aber wirklich mal überlegen, ob ich das auf Dauer mache. Weil eben, die Preise, die Preise. Um das nur kurz zu sagen, ab heute Freitag, seit heute um 9 Uhr auch die Mitglieder dürfen jetzt an maximal zwei Karten ran. Und ab, boah, Dienstag, glaube ich, ist der freie Verkauf dann. Ab 9 Uhr, glaube ich, oder ab 10 Uhr, wie auch immer. Ähm, dann können wieder alle frei an Karten kommen, die ja eben noch übrig sind. Und ich glaube, da werden noch ein paar übrig sein. Jetzt gerade ist auch wieder so ähnlich wie bei Barca auch die fast die komplette Cancelerkurve weg. Aber auch da noch ein bisschen was frei. Immer wieder ploppt auch noch was unten im offiziellen Stehbereich. Auch wenn die jetzt ja auch sitzen. Aber offiziell in Cancelerkurve Stehbereich. Ploppen immer noch kurz ein paar Einzel-Tickets auf. Ähm, wir gehen mal ein bisschen Preise durch. Da, wo ich jetzt hocke, also diese Riege von 37, 36, 35, 34, 33, 32, die Blöcke, so quasi die Sitzplätze direkt über dem Stehblock an Cancelerkurve, ähm, sind bei 34,50 Euro. Da bin ich auch, also Vollzahler, ne, bin ich auch, bin ich auch komplett vom Klauben abgefallen. Ja, gegen Barca waren die bei 25. Letzte Saison gegen Leverkusen war es auch 25. Davor diese, das Freiburg-Spiel kann ich hier nicht groß nennen, weil es war die Sanktion, wo, glaube ich, jedes Ticket 18, 93 gekostet hat. Aber what the fuck, Digga, 34,50? Alright. Ähm, wenn man drüber geht, quasi die höheren Blöcke sind wir sogar bei 39,50 am Start. Ähm, in der Kersttribüne bist du bei 55,50 Mal. Wenn du Zentraler bist, bist du bei 62,50. Also ich nenne es immer den Vollpreis. Da, in der Türkammerkurve bist du bei Oberrängen auch bei 39,50 bis auf irgendwie zwei, drei, ne, zwei Blöcke, die auf einmal 29,50 kosten, obwohl sie quasi genau den gleichen Blick haben. Raff ich nicht ganz. Die, ja, die gegen Barca nach unten quasi auch die 25 gekostet haben. Oder irgendwie sowas. Ähm, ne, 35 haben die gekostet. Das heißt, da ist sogar der Preis recht ähnlich geblieben. Und der Türkammerkurve hat ja war gegen Barca alles 35,50. Da sind es 34,50 über weite Strecken. Oder eben oben 39 oder halt 29,50. Keine Ahnung. Ähm, Haupttribüne ist auch ganz wild durcheinander. Also mal 42,50 Mal 49,50 Mal 55,50 hast du die ganz zentralen heftigen. Oben hast du 77,50. Auch wenn ich es da nicht raff, Digga. Block 25 und 24, B, 24, äh, 25, B und A sind 77,50 und 24, A auch. 24, B, also in der Mitte bei diesen Blocks quasi. Also genau die gleiche Sicht steht was von 42,50. Weiß nicht, ob es ein Anzeigefehler ist, wenn man da jetzt weiter draufkriegen würde. Aber ganz komisch. Ähm, das Einzige, was wirklich preislich irgendwo okay ist noch, ist halt wirklich Stehbereich offiziell Kanjagurve, weil da sind es vorhin ein paar Tickets aufgeploppt, jetzt auch wieder ausverkauft, sind 17,50 Vollpreis. Also ich werde versuchen, bin ja meistens recht schnell in Vorverkäufen drinnen. Ähm, jetzt seit Mittwoch war es aber nicht möglich, habe halt gearbeitet, da war es alles schon weg. Ähm, da an Karten zu kommen, irgendwie an zwei Karten halt oder halt an wie auch immer ich halt mit Kollegen ins Stadion gehe. Ähm, weil 17,50 Euro im Vergleich zu gefühlt 3 Meter höher, 34,50 ist schon ein Unterschied. Ähm, das würde ich schon gern versuchen, weil das sind ja wirklich heftige Preise. Das ist nochmal viel höher als Barcelona, auch viel, viel höher als Leverkusen damals, wenn man den Bundesliga-Corona-Vergleich haben will quasi. Und halt vor allem ist es schön, dass du jetzt ein Dauerkarten-Kolleg halt das Vorkaufsrecht hast. Auch das noch vor den Mitgliedern. Gegen Barca war ja auch noch Mitglieder und Dauerkarten vor Verkauf. Das war auch ganz gut. Das ist auch 100% richtig so, weil als Dauerkartenbesitzer wärst du jedes Spiel im Stadion. So, ist ja einfach so. Ähm, und halt die Preise, äh, es ist wirklich, wirklich hoch. So nach dem Motto, halbes Erlebnis, weil halt die Fans nicht so richtig da sind, also keine organisierte Stimmung, Ultras, Fanclubs, whatever, nicht wirklich da, bis quasi gar nicht da. Und halt auch halbes Stadion, trotzdem doppelter Preis quasi. Das ist halt schon wirklich heftig, weil es sind Preise, die zahlst du vielleicht mal, keine Ahnung. Ich meine, klar, in manchen Bereichen ist es irgendwie wieder Niveau von Mittelfeld-Klub-Bundesliga, also in manchen Bereichen wieder bei Niveau von die Bayern kommen. Aber es ist schon ganz wild. Also ich hoffe mal sehr, dass wenn vielleicht irgendwann in Zukunft wieder das Stadion noch voller wird als 25.000, wenn wir wieder in Richtung 40 gehen und so weiter. Irgendwann wieder in Richtung voll ausverkauft gehen. Oder voll halt alles, ähm, zum Verkauf steht. Dass ja dann die Ticketpreise wieder deutlich, deutlich runter senkt. Und das eben jetzt so ein bisschen Corona-Bonus in einem Scheiß-Sinn für uns quasi ist, weil die Ticketpreise sind wirklich frech. Vor allem, wenn man auf Dauer schaut. Deswegen würde ich ja wirklich gerne, gerne suchen oder hoffen, dass ich das hinbekomme, auf die 17,50 Euro Tickets umzusteigen und nicht 34,50 Euro. Weil Dauerkarte ist. Es ist genau der gleiche Preisbereich, wie ich jetzt auch hocke. Nur halt woanders normalerweise, ein paar Blöcke anders. Es ist ja meistens so 34. In diesem Spiel ist es glaube ich 32, wo ich hocke. Ähm, normalerweise ist es ja 37, wo ich meine Dauerkarte hatte, über die meisten Saisons. Ähm, das ist ja die Preiskategorie, da zahle ich glaube ich 330 oder so für die Dauerkarte habe ich gezahlt. Das ist halt runtergerechnet 19,50 Euro grob pro Ticket. Jetzt würde ich, weil es Einzeltickets sind, in derselben Preiskategorie 34,50 zahlen pro Ticket. Das ist quasi das Doppelte. Und das auf Dauer ist ehrlich nicht geil. Deswegen, man muss ja wirklich versuchen, um irgendwie auf seinen Dauerkarten, auf seinem für die Dauerkarte runtergerechneten pro Spielniveau quasi runterzukommen, musst du irgendwie an diese, ja, Cannsteller Kurve offiziell stehe, jetzt auch Sitzplatzbereich zu kommen, diese rote Preiskategorie zu kommen, mit 17,50 Euro. Äh, puh, es ist wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Aber wie gesagt, ihr wisst jetzt die ganzen, die meisten Preise, ihr wisst jetzt auch, wenn die Vorverkäufe sind, wenn ihr das nicht eh schon alles wusstet. Deswegen, wer da Interesse hat, weiß jetzt auch Bescheid fürs Fürthspiel. Damit ist der Podcast hier auch am Ende für den Freitag, wo es noch mal noch einen Ticken länger, weil ich viel gelabert habe zum Thema Ticketpreise. Sonst waren es ja mal nicht unbedingt so viele, äh, News. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, alle Quellen und so weiter. Wie immer dabei, auch in richtiger Reihenfolge, chronologischer Reihenfolge, wie auch immer in der Videobeschreibung drin. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.